Hallo zusammen, Johannes Pierling hier. Kleinanleger sind verunsichert, genau darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe, denn die Kurse in den letzten zwei Wochen schmieren ab. Doch das könnte sich als die Kaufschanze erweisen. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Es ist keine Anlageberatung und dieses Video ersetzt weder eigene Recherche noch professionelle und individuell angepasste Investmentkonsultationen. US-Rating-Abstufung, schwache Kinderdaten, Angst vor Wiederanziehen der Inflation. All das gepaart mit statistisch gesehen schwacher Saisonalität, trugen zu massiven Abverkäufen bei. Doch wer hat eigentlich überhaupt verkauft? Wir blicken auf die Grafik von Sentiment Traders, Smart Money vs. Dump Money, wer länger dabei ist, kennt das bereits. Wir stellen fest, dass Kleinanleger so ziemlich die einzigen waren, die zuletzt abverkauft haben. Klar, viele haben sich von gehypten Aktien am absoluten Hoch mitreißen lassen. Wichtige Regeln kennt man nicht und wenn doch, wurden diese leider ignoriert. Gewinnmitnahmen, Fehlanzeige, Stop-Loss-Sätzen, Fehlanzeigen. So mussten viele Kleinanleger einem Verlust von 10, 20 und mehr Prozent hinterhersehen. Und irgendwann ist der Schmerz über die laufenden Verluste so groß und unerträglich, dass man anfängt, die Papiere panisch zu verkaufen. Das sehen wir hier an der roten Linie, die sich vom völlig euphorischen Stand weg, von der Klippe sozusagen weg, dramatisch nach unten abstürzt und abschmiert. Und das ist der Punkt, an dem das kluge Geld, das sogenannte Smart Money, anfängt, den zittrigen, unerfahrenen Händen der Kleinanleger die Aktien zu günstigen Kursen abzukaufen. Das sehen wir an der blauen Linie, die jetzt Stück für Stück aus dem defensiven Bereich in den neutralen, aktiven Bereich angestiegen ist. Und wenn wir derartiges Verhalten beobachten, ist es häufig genug ein Indiz dafür, dass wir eventuell vor dem nachhaltigen Boden an den Aktienmärkten stehen könnten. Und dann kommt noch statistisch gesehen schwache Jahreszeit hinzu. Bitte diese Information richtig einordnen. Man darf sich niemals blind nur auf einen einzigen Indikator verlassen. Doch eins ist auch klar, statistisch gesehen sind August und September mit die schwächsten Monate im gesamten Jahr. Allerdings sind saisonal gesehen vor allem die zweite Hälfte vom August und Anfang September doch oft genug sehr dynamisch und gut mindestens für einen heftigen zwischenzeitlichen Rebound an den Märkten geeignet, wie wir es gleich beim technischen Chartbild noch sehen werden. Es stellt sich also die Frage, ist alles wirklich so schlecht? Zwar bleibt der chinesische Markt schwierig, Europa befindet sich in der technischen Rezession, ganz klar, doch vor allem die stärkste Volkswirtschaft der Welt kann überzeugen. Inflationsentwicklungen in den USA sind insgesamt positiv. Die laufende Berichtssaison verläuft gut. 65% aller Unternehmen übertreffen die Erwartungen der Analysten und passen ihre Prognosen nach oben an. Derzeit vor allem aber die Unternehmen, die nicht so gehypt und aller Munde sind und die der kleinen Anleger, zumindest die meisten, nicht wirklich auf dem Radar haben. Das ist unter anderem auch das Thema bei unserer Investorenbriefdienstleistung. An dieser Stelle ist einmal mehr die Investorenbriefdienstleistung zu empfehlen, denn dort bekommt wirklich jeder von euch professionell, seriös und ganz genaue Informationen geliefert zu den Ein- und Ausstiegen und zwar auch Intraday. Den Link dazu findet ihr wie gesagt in der Videobeschreibung. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Unruhen gab es freitags am 18. August den kleinen Derivatenverfall, sprich einige Optionen laufen aus und die Big Player Banken, Emittenten versuchen den Markt zu täuschen und die Kurse in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Das Ganze vor dem Wochenende und das kann sich oft genug, wiederum statistisch gesehen, als ein Fake-Out erweisen. Gefallen euch die Inhalte dieses Videos hier? Dann unbedingt Rückmeldungen und Kommentare hier unter dem Video hinterlassen und natürlich diesen Kanal hier abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Was heißen die vorher angesprochenen Tatsachen nun konkret? Und ich fange mit folgender klar kommunizierten Aussage an. Vorsichtig sollte man immer, wirklich immer an den Märkten sein. Dazu sind Regeln und Regeleinhaltungen notwendig und wenn ihr das nicht beherrscht, dann sorgt dafür, dass ihr das entsprechende Wissen aufsaugt und bekommt. Wir betrachten also im Folgenden unter Berücksichtigung vieler Faktoren die technischen Chartbilder vom DAX und einigen weiteren Aktien aus dem DAX. Fangen wir mit dem DAX persönlich an. Man hat hier seit dem Sommer 2022 völlig intakten Aufwärtstrenden mit ein paar Fake-Outs. Im Übrigen das letzte Mal genau um diese Jahreszeit. Letztes Jahr, sprich im Herbst 2022, sehen wir hier an dieser Stelle. Und jetzt, um die saisonal gesehen gleiche Jahreszeit, nur ein Jahr später passiert, wahrscheinlich ganz zufällig, Achtung, Ironie, das gleiche wieder. Man taucht hier angesichts der schwachen Saisonalität des Derivatenverfalls und schlechter Nachrichtenlage hier ab aus dem intakten Aufwärtstrend. Aber die Frage ist, ist das nicht schon wieder ein Fake-Out hier? Was ist eure Meinung? Schreibt es unbedingt in die Kommentare, interessiert mich brennend. In jedem Fall könnten wir hier vor schärferen Gegenbewegungen nach oben in den nächsten zwei, drei Wochen stehen. Ob das allerdings, also diese Gegenbewegung dann der endgültige Boden ist oder ob es lediglich eine Gegenbewegung bleibt, bevor es Ende September, Anfang Oktober nochmal kritisch wird, bleibt natürlich abzuwarten. Also lass unbedingt einen Abo hier, damit du auf dem Laufenden bleibst. Und die Komplexität der Dinge wollen wir anhand einzelner Aktien aus dem DAX kurz und knackig vertiefen. Wer länger dabei ist, weiß es bereits, dass aus technischer Analyse-Sicht heraus die 200-Tages-Linie hier in blau schon als gleitender Durchschnitt eine große Rolle spielt. Bist du darüber, ist alles gut. Die Kurse streben weiter nach oben tendenziell. Bist du darunter, Vorsicht ist angesagt, denn du könntest tiefer abstürzen. Aber, wie vorher dargelegt, gibt es eben sehr trickreiche Fake-Out-Phasen, die sich als Falle, als Täuschung erweisen könnten. Sprich, man denkt, man stürzt tiefer ab. In Wirklichkeit ist das nur ein Fake-Out und schon bald drehen die Kurse massiv in die andere Richtung, sprich nach oben, weil das Smart Money beispielsweise einsteigt. Und derzeit gibt es einige Aktien von dieser Sorte weltweit und so auch im DAX. Hier Beispiel Nummer 1, die BMW-Aktie, klar, schwache China-Daten, anderweitige Sorgen, deutsche Automobilhersteller kommen unter Druck und zusätzlich der trickreiche Derivatenverfall am Freitag. Und so kommst du kurz unter die 200-Tages-Linie. Die Frage ist nur, ob das nachhaltig ist oder ob das ein Fake-Out ist, um die Kleinanleger hier aus dem Markt wegzudrängen. Was ist eure Meinung hierzu? Interessiert mich wirklich sehr. Schreibt also das Ganze in die Kommentare. Das Gleiche gilt für Mercedes-Benz-Aktie, schwache Kinder-Daten, schwache Märkte, charttechnisch und fundamental sieht die Aktie trotzdem nicht schlecht aus, taucht aber zwischenzeitlich unter die 200-Tages-Linie. Ist dieses Untertauchen nachhaltig oder dreht der Kurs bald massiv wieder nach oben? Das ist die Frage. Last but not least Bankensektor und die Deutsche Bank. Und es gibt durchaus fundamental einige nachhaltige Good News im Finanz- und Bankensektor in den letzten Monaten. Darüber habe ich im Übrigen mehrfach hier auf dem Kanal bereits berichtet. Die Aktie der Deutschen Bank taucht aber kurzfristig trotzdem unter die 200-Tages-Linie. Auch hier stellt sich die Frage, ist das der nachhaltige Durchbruch der Linie nach unten oder eine weitere Täuschung? Das ist der Stand der Dinge zu dieser Stunde vor der neuen Woche hier. Ich danke euch herzlich für die Aufmerksamkeit. Abonniert unbedingt diesen Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis demnächst. Euer Johannes Bjerling Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönen Tag und ein schönen Tag.